Ihr kennt ja vielleicht noch das gute alte Jump'n'Run Super Mario. Man ist Mario und hat halt ein paar Hindernisse und Gegner. Und jetzt stellt euch das Game mit Fallen vor. Mit vielen Fallen. Denn genau das ist Trap Adventure 2. Ey yo Leute, seien es am Starten. Heute spielen wir das Game Trap Adventure 2. Und ich hab übel Bock. Übel. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Also es ist jetzt das erste Level. Okay, okay, springen. Ja. Okay. Was? Okay, auf den nächsten darf ich nicht drauf. Da drüben sind auch Stacheln. Kann ich einen großen Jump machen? Eins. Zwei. Was? Wo soll ich denn da hin? Hä? Ich check gar nichts mehr. Triggern und... Okay, das war aber richtig. Müsste springen, triggern. Und dann wieder zurück. Okay, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Also wir müssen hier hoch. So, dann triggern wir das. Gehen zurück. Und... Okay, hier hoch. Triggern. Zurück. Ja. Nochmal springen. Okay, das funktioniert so nicht. Irgendwas mach ich falsch. Ah, ich kann das triggern und dann wieder zum Start und dann auf das zweite. Okay, also so. So, dann hier zum Start. Und ich kann nicht rüber. Es geht nicht. Es geht nicht. Kann ich so einen großen Jump machen, dass ich das triggere? Muss ich dann rüber? Geht das? So, wir triggern das, gehen hier rüber, landen hier und dann muss ich direkt springen. Wir triggern hier rüber. Und... Ich kann nicht springen, weil es fällt. Warum ist das erste Level schon so schwer? Fuck. Okay. Äh, war da was Unsichtbares gerade? Da war safe was Unsichtbares. Okay, es geht. Jetzt muss ich einfach rüber. Einfach rüber springen. Ganz einfach. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, wir wissen, wie es geht. Zack, zack. Gut. Was, was, wo muss ich denn hin? Was soll ich denn machen? Direkt. So, alles gut. So, alles gut. Ist schwer, glaube ich. Ein, einfach, ich laufe jetzt einfach mal da rein. Komm, ja, safe. Ja. Nein. Boah, nein. Ich glaube, da ganz rechts kann man da rein. Boah, man kann jetzt nicht nach rechts einfach, sondern muss einfach so. Übel Bock. Übel. So. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Eigentlich, denke ich, sollte ich jetzt einfach rüber springen können. Und direkt ins nächste Level gehen können. Aber da ist halt direkt, das ist einfach eine Wand. Wenn ich jetzt da, da springe, knall ich einfach gegen eine Wand. Und ich glaube nicht, dass das so sein soll. Er läuft durch. Da sind wir. So, ich bin jetzt auf einer anderen Webseite, weil die andere anscheinend irgendwie geriggt war. Das konnte man gar nicht gewinnen. Gut, dass ich da jetzt einfach... Yo. Oh, ich habe einfach 46 Videos lang da gechillt. Und ein Level, das man gar nicht schaffen kann, Alter. Oh mein Gott. Aber jetzt soll es gehen. Genau, das ist da, waren wir vorhin. Wir gehen jetzt hier hin. Hier hin. Da müssen wir rüber. Zack. Zack. Jetzt müssen wir rüber. Oh mein Gott. Oh, das ist gut. Jetzt müssen wir hier. Wir haben es geschafft. Level 3. Alter. Endlich. Okay, das ist immerhin kein Scam. Ja, komm. Also, das willst du mir erzählen. Der Block da, der wird halt safe. Irgendwie Spikes. So, aber ich springe auf den Zweiten. Oder auch nicht. Jetzt gehen wir hier hin. Nein. Okay, hier dreht sich das. So, so ein Scam. Aha. Haha. Okay, mache ich das jetzt. Ich lasse mich fallen. Und dann springe ich. Oder? Okay, okay. Ich denke, das ist eine gute Idee. Oh mein Gott. Alter, ich bin einfach zu gut. Schauen wir mal, ob man es schaffen kann. Dann kann man es auch schaffen. Aber ich glaube, ich kann jetzt einfach nicht weiter geradeaus gehen. Oder ich springe mal ein bisschen. Okay, gut, gut, gut. Was ist jetzt los? Oh. Nein, 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 nein. Äh, gleich zurück. Oh ja, zurück, 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 zurück. Ah, weiter, 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 weiter. Äh. Okay, jetzt, äh. Ich kann, ich kann genug laufen. Toll. Toll. Ist gut, ist gut, ist gut. Aber wie ich mich gerade freue. Nö. Nö, da gehe ich nicht hin. Okay, ich wanderslang. Aber ich save, wenn ich... Oh mein Gott. Aber jetzt weiß ich, was ich machen muss. Das ist, äh, das kann ich gut. Okay, das ist, äh, das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel. Direkt loslaufen und ducken. Ducken und laufen. Ich darf nicht zu weit. Okay, stopp. Richtig. Jetzt muss ich den kurz anteasen. Ja, komm. Komm schon. Ähm. Ja, 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 ja. Jetzt muss ich rein. Die wollen mich verarschen, oder? Als ob das zusammenbricht. Und mich dann killt. Das Level mache ich noch, wenn es das letzte ist, was ich tue. Hm. Ja, komm. Hm. Heute spielen wir das Game Trap Adventure 2. Ich check gar nichts mehr. Okay, das funktioniert so nicht. Irgendwas mache ich falsch. Warum ist das erste Level schon so schwer? Was, was, wo muss ich denn hin? So, alles gut. So, alles gut. Ach, nein. Level 3. Alter, endlich. Oh mein Gott, Alter. Ich bin einfach zu gut. Alles nochmal, äh, nochmal. Ja, spaß. Spaß. Habt ihr Spaß? Jetzt labere ich da eigentlich gerade für eine Scheibe. Bitte lasst mich einfach durch. Genauso wie vorher. Oh mein Gott, wichtig. Schiebe ich jetzt da hin? Okay, passt. Komm her. Los, komm. Okay. Ich muss gleich springen. Ich hab's geschafft. Hab ich's durch? Nein, ich hab's nicht durch. Ja, komm, safe noch irgendein Scheiß. Okay, ich hab's durch. Also, nur so den ersten Teil, denke ich. Okay, nice. Alter. Also, das war ja mal absolut beschissen, Digga. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es doch mal oben da. Kommentiert das Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also dann, ciao, ciao. Ja. Seit wann kommen da Stacheln raus?